Warum sollten wir den Weihnachtsbaum weiter schmücken? Hilfst du mir! Dir hilft keiner, du kleiner Sack! Gott im Himmel! Wo führst du uns hin, Olle? Hat der gerülpsert. Äh, Platin, wo bist du hingegangen? Da oben. Äh, gut. Weiter nach oben. Oh Gott. Du bist nach oben, ja. Wo bist du? Da. Die blöden Schweine, geht weg. So, stopp. Bitte nicht anrempeln. Hier ist Lava. Wo willst du hin? Ah, eine Festung! Was zum... Bist du wahnsinnig? Was denn? Du hast ja gerade einen Block weggeschlagen, wo ich fast draufgestanden hätte. Ich hab einen Block da hingesetzt. Habe ich gerade einen Herzkasper gekriegt. Klar, für den Letzten reicht es jetzt natürlich nicht. Danke. Weißt du, vor? Ich hol mir Sicherungsmaterial. Was ist das denn hier für ein Stein, dieser rote? Das ist Nether Brick. Okay. Also Netterziegel. Und, äh, abbauen oder nicht abbauen? Ähm, es gibt da, hier, wenn wir da hinten in den, äh, Trakten drinne sind, da ist schon die erste Lohe, ein Miststück. Ähm, dann können wir da ruhig ein bisschen was von abbauen, ja. Ist auf jeden Fall ein schönes, äh, Deko-Element. Okay. So, und bitte nur vollgepresst an die Pilonen gehen, weil die Lächer sind nämlich echt böse. An was rangehen? Diese, warte. Oh, ein Witterskelett, schön. Die Witterskele, die schwarzen Skelette, die hier rumlaufen, sind auch nicht von schlechten Eltern. Okay. Ähm. Oh, hier ist ne Lohe, hier oben. Ich höre irgendwie ganz komische Geräusche. Ja, das ist ne Lohe hier oben. Ja, das ist ne Lohe. Was sind Lohen? Das sind diese gelben Knie, die da... Uah, was, wo, wie, wer, was, wo? Und hier ist ein Lohen-Spawner, glaube ich. Hier und da... Gott, der Mille. Hier, kann das sein? Da ist ein Lohen-Spawner, genau. Oh, ja. Ich hab's dein Schwert. Du hast dein Schwert, wieso? Was machen wir mit dem Spawner? Abbau? Bei der Rückschlag drauf. Jetzt warten wir den Mainz. Sonja. Ne, ich hab noch das DIA-Schwert, danke. Ne, Mainz, dann gibst du mir da eins. Dieses hier ist auch von Kaupert, aber ohne. Oh, ja. Was war das? Oh, das war, äh, ne Lohen-Route. Da musst du auch mal eine von aufsammeln. Wo? Darf ich die auch erst machen? Aua, aua, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Hilfe! Ja, das ist das Wohlen, nur weil ich hierhin, äh, einen, äh, Eimer-Massel-Spawner bringt da. Ich brenne, ich brenne schon wieder, verdammt. Hast du mich voll gefangen? Oh, ja, 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 lock ab Land. Ich kann ja nicht mehr. Sonja, darf ich dir auch nicht mehr? Ja, ja. Oh. Was machen wir mit dem Spawner? Ja, lass mal Corona. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich hab zwei Lohn- Da wird immer wieder, ähm, die Lohnrouten brauchen werden. Geht's auch noch. Super, aber auch. Hast du schon gelogen, dass da alles da gut ist? Ich weiß es nicht. Yo, hab ich. Was soll ich damit machen? Einer, der kommt nicht mehr. Komm. Komm. Boah, ich sehe gar nichts. Es ist was. Das ist unfair. Ja, die können fliegen. Meine Mama auch. Ja, aber wir nicht. Ich brenne schon wieder. Verflickst ein Biest da. Oh Gott, da hinten sind ganz viele in dem Spawner. Ja. Ja. Vielleicht ist Spawner. Hier sind noch mehr Spawner. Was hat mich denn da jetzt gerade? Oh, komm. Komm runter. Aua, verdammt, 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 verdammt. Ich kann auch nicht weg. Wo ist der Ausgang? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das war knapp. Ich komme hier nicht raus. Hier brennt alles. Vielleicht ist es auch noch so ein Spawner, oder was? Ja. Oh, scheiße. Oh, das war so ein Skelett. Hilfe, wo bin ich? Okay. Uh, Strickmamse. Danke. Jetzt kommt doch noch ein Marschall dazu. Ja, klar. Ich bin da gerade von so einem Skelett-Beschport so, fast. Ich kann mal, die erschießen von mir auf. So geil. Ja. Boah, ist das laut. Oh Gott. Das ist total laut hier. Boah, scheiße. Ich brenne trotzdem. Ich bin voll, ja. Ich bin voll, ja. Shit, shit, shit. Und wir erschießen jetzt die ganze Zeit diese Biester hier, oder was? Ja. Und dann? Bekommen wir von den Lohnrouten, damit können wir Braustände brauen und Feuerresistenztränke. Ich glaube, 16. Ja, ist doch gut. Wir knallen sie ab, Strickmamse sammelt sie. Ich habe nur nicht mehr allzu viele Pfeile. Na komm schon. Ich habe noch zwei. Und Strickmamse, geht's dir gut? Mir geht's prächtig. Mir geht's sowas von prächtig. Na, wollen die nicht mehr? Sieht fast so aus. Vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche nach einem anderen Spawner machen. Ich höre sie wieder. Platty? Hier sind sie wieder. Strickmamse, ich habe da wieder einen abgeballert. Hier sind zwei. Guckst du mal da oben, ob da wieder was abgefallen ist? Ich gucke gerade mal hier unten, ob hier was hingefallen ist. Hier ist da nicht ein. Weg mit dir. Weg mit dir. Hier ist auch wieder was. Ist nur schade, dass wir die Pümtchen so nicht kriegen. Aber egal. Pümtchen kriegen wir noch genug. Geh da weg, Strickmamse. Sonst schieße ich auf dich. Das ist ein bisschen aufregend hier. Das ist ein bisschen aufregend hier. Wie viele haben wir jetzt von diesen Dingern? Ich habe drei. Plattty, bist du noch da? Ja. Plattty brennt schon wieder. Kannst du da hinten mal gucken? Da liegen auch noch ein paar. Lust, Strickmamse. Geh rüber. Ich passe hier auf. Oh, ich brenne. Okay. Okay, okay. Los, komm her. Ich sehe dich doch. Du, miese Ratte. Hallo, es kommt schon. Wo bist du? Nix da, bitte. Oh, da ist ein Pfeil und ich komme nicht dran. Mein Bogen macht's nur nicht mehr lange mit. Wie viel bräuchten wir denn? Ich hoffe, mein Zweck ist so. Ich habe sieben. Ich habe sechs. Ich habe 56. Ja, das reicht. Reicht vollkommen. Dann kommt ihr weg. Yo, lass uns. Wo geht's raus? So, dann lass uns mal hier noch fröhlich durch die Festung laufen. Ja, aber da vorne ist doch noch ein Spawner oder so. Soll ich da eine Fackel draufsetzen? Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, in die untere Etage zu kommen. In die untere Etage? Warum das denn? Weil da die Neterwarzen sind und so, ne? Genau. Aber hier geht's eher nach oben. Ja, aber manchmal gehen Treppen wieder nach unten. Oh, weg ist er. Vorsichtig, da vorne. Da ist, äh, da fällt man durch. Hier irgendwo bin ich jedenfalls gerade. Ah, hier will ich hin. Wo willst du hin? Ah, da geht's in die untere Etage. Okay. Oh, was ist das denn hier? Guck, und diese Dinger, das sind Neterwarzen. Okay. Die könnt aber nur ihr abbauen, nicht ich. Womit bauen wir die ab? Mit der Hand einfach? Ja. Okay. So, dann, da vorne sind noch welche. Super. Wow, ein Skelett. Platty. Hammer dich, du Sack. Da ist noch einer. Da hinten ist eine Truhe. Wo? Wo bist du? Wo seid ihr alle? Hier hinten am Gang. Ja, die stehen hier auch mal so lustig in der Gegend rum. Überall hier in diesen Gängen. Und das fallen? Nein. Hier sind zwei goldene Pferderüstungen und drei Goldbarren drin. Geil. Hier ist eine goldene Pferderüstung und ein Eisenbarren. Nehme ich mal mit, okay? Ja, mach das. Hier sind noch mehr. Hier ist noch eine. Jede Menge Goldbarren. Interessante Sache. Schade, dass Liral ja nicht mehr dabei sein kann. Oh, die hat das alle schon gesehen. Ja? Vorsicht. Okay. Jetzt hör auf zu stöhnen hier. Ja, du bist immer so ungeduldig und du merkst gar nicht, dass du andere Leute dann in den Lava stupst. Pappala Papp. Ich will da runter gucken. Okay. Dann wieder zurück. Wisst ihr was? Was denn? Die Mauer. Gute Idee. Ich helf dir. Hast du dein Inventar schon voll oder wieso bleibt so viel liegen? Nee, eigentlich nicht. Ich hab auch noch Platz. Ich hab nur zu wenig Spitzhacken mitgenommen, glaub ich. Das war's. Sehr gut. Jetzt haben wir hier einen großen Raum. Ne, au, der war zu viel. Schade. Aber hier können wir... machen wir hier einen schönen Ausblick. Wer hat geschossen? Strickmann soll schießen. Ich kann mich durchschießen, aber das geht nicht. Platty, wo bist du hin? Ich warte auf euch an der Treppe. Okay. Du maust die Treppen ab? Ja, kann man doch hochspringen. Aber du sollst nicht alles abbauen. Hallo? Du kannst doch hochhüpfen. Hier. 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 Ganz schön dunkel hier. Oh, oh, oh. Hier geht's aber tief runter. Da hätte ich nicht abbauen sollen. Mist, verflixte. Hier geht eine Treppe nach unten. Noch eine? Ja. Okay, wir kommen sofort. Hier ist ein Schweine-Zombie. Oh. Hier ist ein Schweine-Zombie. Oh, Kai. What? Ein Skelett. Hilfe. Komm her. Komm her, du Mistvieh. Geht doch. Oh, Mann. Der hat mich ganz schön... Ja. Also, wo geht die Treppe nach unten? Nach vorne. Hier entlang? Wo ist Platti denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich wollte nur eben meine Pünktchen aufsammeln. Ach so. Mach das. Was ist denn hier draußen? Grunz. Grunz. Ähm, ja, nee, das ist keine Treppe nach unten. Sondern? Das ist quasi das Treppenhaus von dem, was wir eben hochgelaufen sind. Hä? Verstehe nicht. Das geht doch abwärts hier. Ja, weil das ist sozusagen das Dach von der Treppe, wo wir eben hochgelaufen sind. Ach so. Okay, verstehe. Alles klar. Verstanden. Wo soll ich in diese Richtung noch gehen? Ja, geradeaus. Bist du am Start, Platti? Hm. Oh. Hier geht's nicht weiter. Da ist schon wieder Ende? Ja. Okay. Das Schöne ist aber... Aber? Aber? Was läufst du denn hier hin und her? Okay, hier ist die Wand. Alles klar. Soll ich dir helfen? Jo. Warte. Oh. Ach, das war deine Spitzacke. Okay. Okay. Okay, hier ist dann schon wieder... Egal. Irgendwo hier ist wieder ein Gas. Ein Schäbiger. Ich glaube, das war's. Ja, hier. Das Dach könnten wir zum Beispiel auch noch rausreißen hier. Ja, okay. 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 Das ist nicht das Dach, sondern die Decke. Bin schon dabei. Selft wir. Ja, das tut doch fast so, oder? Was war das denn? Was macht das Schwein hier? Oh. Oh, oh. Wir müssen nur aufpassen, dass der Boden nicht hier zerschießt, ne? Das sind Ziegel. Die macht er nicht kaputt. Auf den Schiefer hat er gerade. Auf mich! Oh, okay. Okay, komm ja. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. hab ich dich du bist wie sehr schön Finden wir noch wieder zurück Ja, von der Festung aus doch immer Auf jeden Fall Glowstone geht auch mit der Spitzhacke Ja, kommen sofort die ganzen Glowstones da raus Hey, nicht Korrekti, du nicht, dann macht Sonja da oben mit ihrer Behutsamkeit Ich wollte es auch mal ausprobieren Ruhe, Brümer Das ist doch Au Wir haben, also ich hab jetzt im Inventar 34 Neterwarzen Ich find unsere Ausbeute war ganz gut Das denk ich doch auch 56 Lohnrouten hab ich Ich hab sechs Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal